Recht herzlich willkommen zur 61. Folge von Avorion. Ja, letztes Mal haben wir gekämpft. Ich habe noch die drei Wracks, die da waren, dann abgebaut. Und wie man sieht, sind in der Zeit schon wieder neue Piraten gekommen. Da geht es dann immer wieder weiter. Aber da lassen wir uns jetzt nicht von beeindrucken. Wir gucken hier nochmal gerade rein. Okay, da könnte man ein bisschen was Geld machen, aber nicht der Rede wert. Hier haben wir ja das eingekauft. Vielleicht auch das, weiß ich gar nicht mehr. Aber Tron 200 müssen wir uns merken. Wir wollten aber im Endeffekt auf der Karte nach hier unten irgendwo hin. Da konnte man das gut verkaufen. Das heißt, wir müssen jetzt nach Südosten. Was ist das für ein Tor? Da, schau her. Südosten. Fast. Fliegen wir hin. Gucken wir mal zu, dass wir da hinkommen. Einmal da durch. Wunderbar. Oh, hier sind nur Feinde. Oder wie sehe ich das? Dann fliegen wir mal gleich weiter. Koordinaten. Einmal F9. Ja, ist definitiv nur so. Hier sind nur Feinde. Böse. Und weg. Gut. Und dann Ab in den nächsten Sektor. Hier wird auch gekämpft. Wo müssen wir dann hin? Dahin. Können wir das Ziel auch so noch nehmen. Weil wir müssen jetzt mal gucken, was uns hier der Plan sagt. Okay, da können wir ein bisschen Geld machen mit diesen Stahlröhren. Aber am Ende ist es das nicht wert. Das ist kaufen, das ist verkaufen. Gibt es beides nicht hier zu verkaufen. Also können wir gleich den Sprung... Das Schiff zeigt in die falsche Richtung. Weiß ich nicht, aber jetzt ist es passend. Gut. Dann sind wir hier. Gucken wir wieder da in den Handelsplatten rein. Oh, hier geht was, ne? Sind das? 70.000... Ja, das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Können wir hier das passende verkaufen? Ja, können wir. Fliegen wir hier hin, ne? Und da werden wir was los. Das ist dort. Dann fliegen wir doch da mal hin. Kohlemina ist das. Ein etwas größerer Asteroid, wie wir gerade sehen daneben. Der dann angezapft wird, ja. So. Okay. Okay. Gerade dran vorbeigeflogen. Passt. F. Güter handeln. Verkaufen. Antigraf-Einheiten. 32. Passt. Werden wir alle los. Eine Million haben wir. Und wie wir kriegen wir? 3,2. Supi. So, kaufen konnten wir hier Kohle. Zu 112. Müssen wir mal gerade gucken, was der Marktpreis so ist, ne? Aber es ist, ja, es ist unterm Preis, ne? Aber wir wollen ja das haben. Das heißt, wir kaufen am Handelsposten ein und fliegen dann da rüber. Wo ist der Handelsposten? Da hinten. Dann da mal hin. Ich habe hier gar nicht geguckt, ob wir die Graf ein... Ne, die Antriebseinheiten waren das, ne? Die hatten wir noch mit, oder? Und die Graf, aber die gibt es hier gar nicht, die Antriebseinheiten. Okay, fliegen wir weiter zum Handelsposten. Und dazu sehen, dass wir da unsere Materialien, unsere Bergbau-Roboter kriegen. Und die gut verkaufen, ne? So, 30. 20 noch. Oh, alle. Keine Energie mehr, müssen wir langsam entfliegen halt. Schade drum. Zähne. Okay, regeneriert sich jetzt wieder, aber wie sehe ich das, ja? Gut, auf jeden Fall sind wir gleich da. Jetzt müssten irgendwann die Docking-Ports erscheinen. Okay, die sind natürlich nur da oben. Kurz da ranfliegen. F drücken. Und Güter handeln. Einkauf. Bergbau-Roboter. Wie? Ich kann nur einen kaufen. Mehr haben die hier nicht, oder was? Dann kauf den mal. Was brauchen die? So viele Sachen, oder was? Vieh wollen die auch haben. Die Frage, wie der Marktpreis für Vieh war, ne? 272,7% drüber, Handelsübersicht. Das ist hier der Handelsposten, ne? Und das bringt mir dann ja auch nichts. Dann ist hier ein Dingens. Da hätte ich auch vorher gucken können, bevor ich hier hinfliege. Okay, das haben wir jetzt wohl ein bisschen Fehler gemacht. Naja. Dann gehen wir nochmal hier hin. Ja, jetzt ist das Angebot, einfach aus dem Grunde, weil wir es gerade aufgekauft haben, ne? Bergbau-Roboter. Und Station kaufen und verkaufen. Wo ist er? Oh, doch, da ist der Preis noch. Dann fliegen wir da gerade hin, oder was? 80.000 plus ist ja nicht viel, aber ein bisschen ist es ja schon. Okay, dann fliegen wir da mal hin. Ist ja mal gerade um der Äcker, ne? Mal aufpassen, wenn der Asteroiden nicht kratzen. Der ist nämlich weiter unten. So. Ach, hier vorne wäre auch ein Docking-Port. Okay. So, F. Güter handeln. Roboter verkaufen. Das war es jetzt nicht wert, ne? Haben wir noch was zum Handeln hier? Nein. So. Das ist hier teuer. Anstattung verkaufen. Nein, wir wollen Fundstation kaufen. Hier ist Unterpreis, da auch. Hier ist 58. Energiezellen gibt es hier günstig. Müsste mal gucken. 159. Das Wasser ist hier. Also es ist schon, die Energiezellen sind schon die entscheidenden Dinge, ne? Sollte man die kaufen, ist die Frage. Lohnt das? Lass uns mal gucken, wie will da drauf gehen. Alles gleich nebenan. Dann lass uns gerade hinfliegen, wenn es nebenan ist. Ja. Dokumenta viral. Und wie viel können wir davon kaufen? Maximum 339, das lohnt also fast gar nicht. Also wir kaufen die einfach mal. Mal was können, ne? So. Okay, dann holen wir mal ins Handelssystem rein. Gibt's nichts. Gibt's hier Energiezellen? Nein, gibt's hier nicht. Dann Karte, gucken. Ja, das was sich lohnt, ist da oben gewesen. Wertstoffhof. Setzen wir mal die Koordinaten, dass wir zurückfliegen können. Das kann man nur noch hier grad gucken, was für Missionen das sind. Am schwarzen Brett. Arzneimittel. Und das war jetzt wieder ein Fehler. Die haben nix, die auch nicht. Die nix. Die waren ja auch noch ohne Auftrag, naja. Ja, das heißt ausrichten und wegfliegen. Lohnt Energiecontainer brauchen die. Okay. Da wird ordentlich gekämpft. Da gibt's ein Teil zum Abholen in grün. Da ist ein ganzes Geschwader. Weiß ich nicht, ob wir uns da irgendwo einmischen wollen. Ich glaube ja nicht. Was haben wir denn hier Handelsrouten jetzt? Und die Eisenräume gibt's hier immer noch. Kaufen. Energiecontainer, Energiezellen gibt's hier. Zielerfassungssystemfabrik. Acht Prozent unter Preis. Wir haben mit 58 Prozent. Also wir haben jetzt da ein bisschen Gewinn. Machen wir da draus. Elektromagnetische Nahrung. Neon. Das ist hier auch was vom Preis her interessant ist. Nicht wirklich da. Die Satelliten wären bedächtig, ne. Also würden gehen. 39 Euro vorhanden. Öl gibt's hier. Das ist teuer. Die Zielerfassungssysteme sind mit 22 Euro relativ günstig, ne. Dann lass uns mal da hinfliegen und das verkaufen. Und dann gucken wir weiter, wo ist es. Da geht sogar von Entfernung. Legen wir da mal dran. Noch mal gedockt. Handeln, verkaufen. 339, ach so. Sehr interessant. Haben wir auf falsche Tasten gedrückt oder warum geht das nicht? 144 mehr wollen die nicht haben. Ach so, dann sind die hier voll. Na, das hat ja auch wieder gut geklappt. Ja. Verschenktes Zeug, oder? Hm. So, das war 22. Da kriegen wir mal grad 96 mit. Machen wir. 23, 3. So, System. Das war der Knotenpunkt. Ich springe einfach wieder zurück. Oder? Ne, wir springen da hin. Weil dann kommen wir um wieder hin. Und holen die anderen Klamotten, ne. Hier müssen wir ja durch das Tor da. Nordwest-Tor. Beschleunigen und dahin. Gucken, dass wir nicht zu viel abkriegen von den Piraten oder wer da auch immer hier ist. Okay, an dem sind wir schon vorbei, dem ersten. Ja, klappt. Okay. Da sind wir schon durch. Und hier können wir dann gucken, was hier so los ist. Das lohnt nix. Hier kriegen wir die Antigraf-Einheiten. Antriebs-Energiezellen können wir hier verkaufen. Ja, zack. Das ist auch schön dabei. Auf geht's. Zellen nachverkaufen. Hier geht kein Speed mehr. Naja. Naja. Sind wir auch schon fast angedockt. Sind wir auch schon fast angedockt. Naja. Gut. F. Kannst du eingeben auf dem schwarzen Brett? Nein. Güte handeln. Verkaufen. Energiezellen. Alle weg. So. Haben wir. Antriebs-Aggregate könnten wir hier kaufen. Für 1.200. Was sagt der Kurs insgesamt hier so? Antriebs-Aggregate. Zu teuer. Achso. Antriebs-Aggregate. Kaufen. 1% unter Preis. Normalen Durchschnittspreis. Wir können die aber zur Antigraf-Fabrik mitnehmen. Auf die gehen wir sowieso hin. Ne? Ja. Machen wir das doch. Ne. Das war jetzt falsche Taste erwischt. Bin ich jetzt ausgestiegen oder was? Achso. Ich hab selbst ausgewählt. Deswegen. Ah. Alles klar. Ich muss erst hier das auswählen damit ich da dranne komme. So. Antriebs-Aggregate. 1.1999 sogar noch billiger gerade geworden. Maximal 19. Dann nehmen wir die doch noch mit. Dann sind wir hier raus. Da oben hin. Und dann fliegen wir da hin. Und verkaufen die da. Wo ist das? Da. Hier gibt es noch ein bisschen Titan auf jeden Fall. Da sollten wir mal überlegen, dass wir das gleich abbauen. Da vorne ist auch noch Eisen. Brauchen wir auch um unser Schiff noch zu reparieren. Oder wie war das? Okay. Oh. Das ist kein Eisen. Das ist ein Wrack. Schade. Was war das denn jetzt für ein Sprung? Ah. Mann ey. So. Shit. D. Nee. F. So. Güter handeln. Verkaufen. Antriebsaggregate 39 und ich bin hier angedockt, alles klar. Habe ich das nicht gerade gemacht? Ist das schon wieder weg? Oh, ich dachte das wäre dran. So, jetzt aber. Nein, nochmal, läuft, jetzt aber, verkaufen, ey, das kann ja nicht sein, oder? Ey, will mich das jetzt verarschen, das System, oder was? Das kann doch nicht sein, oder? So, jetzt aber. Jetzt haben wir es verkauft. So, und jetzt müssen wir die kaufen. 79 können wir. Können wir nicht, weil wir nicht genug Geld haben, oder wie sehe ich das? Wo ist denn das Geld jetzt geblieben? Kaufen wir. So. Fracht bitte einmal. Hier war die Fracht. Ach, wir haben noch die Zielerfassungssysteme drauf, alles klar. Okay. Sonarkraftwerk, Antriebsaggregate, Fabrik. Ne, verkaufen wollten wir. Haben wir nichts von, so. Das bedeutet, abdocken. Dann gucken, ob das der Abwracker ist. Der 3 ist der Abwracker. Okay, dann brauchen wir die 2. Fliegen wir da gerade ran und bauen den mal ab hier. Weil wir brauchen noch was zum Reparieren, ne? Aber eigentlich brauchen wir, glaube ich, Eisen, oder? Lass uns mal bei dem Baummodus gehen. Ne, hat doch repariert. Ich dachte, ich wäre mehr kaputt irgendwie. Ne, dann passt das ja. Ja. Ach komm, bauen wir den gerade ab, wenn wir schon hier sind. Ja, höchst kompliziertes Abbauen. Okay. Ja, sind was los. Blöd ist nur, dass wir jetzt hier wieder durch die Gegend fliegen müssen. Und gucken müssen wir über die Zielerfassungssysteme und die, was war das, andere Aggregate oder was? Ja, die müssen wir loswerden. Zielerfassungssysteme und die Antigraf-Einheiten. Hier haben wir 23 bezahlt und da haben wir irgendwie auch um den Dreh oder 24 waren es, glaube ich, da bezahlt. Die müssen wir irgendwo verkaufen. Definitiv. Das ist in der nächsten Folge dann unsere Aufgabe, würde ich sagen. Hier müssen wir auch gucken, ob wir das noch loswerden. Ja, der Rest ist dann erstmal Nebensache, ne? Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann. Tschüss! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR